Willkommen bei den Wirtschaft TV News. Der Volkswagen-Konzern arbeitet weiter am Ausbau seiner Software-Tochter Carriot und fasst neben Milliardeninvestitionen auch Zukäufe ins Auge. Konzernchef Herbert Diess sagte gegenüber dem Handelsblatt, man investiere in Carriot 2,5 Milliarden Euro pro Jahr. Dazu käme noch die eine oder andere Akquisition. Volkswagen hat seine Software-Kompetenzen in der Firma Carriot gebündelt, die zuvor Car Software Org hieß. Dazu gehört die Entwicklung von Fahrassistenzsystemen und Software für autonomes Fahren. VW hatte dafür bereits rund 2 Milliarden Euro in das mit Ford gemeinsam betriebene Start-up Arjo AI gesteckt. Die Digitalisierung des Autos bedeute laut Diess eine noch größere Herausforderung als die Umstellung auf Elektroantriebe. Bis zu 60 Prozent der nötigen Software wolle VW künftig selbst entwickeln. Deutlich mehr als bisher. Software werde das Herz-Kreislauf-System eines Autos sein. Autonomes Fahren werde zudem die größte Veränderung für die Branche, sagte der Manager. Es werde sich über das Jahr 2025 hinausziehen, bis daraus ein Geschäftsmodell würde. Dann könne es aber sehr schnell gehen. Er erwarte, dass im Jahr 2035 etwa 40 Prozent aller Autos autonom fahren könnten, sagte Diess. So ein Dienst könne dann für 8 bis 10 Euro pro Tag verfügbar sein. Das waren die News bei Wirtschaft TV. Bis zum nächsten Mal.